hey youtube alle wunderschönen guten tag meine liebe youtube gemeinde ich bin der zocki und ich heiße ich recht herzlich willkommen zurück zu seven days to die philippe ist hier so ich habe kann ich habe nix zum ersten anhängern ja ich bin generell voll eigentlich wollte man was wollte man tun schmorn alles vergessen luten gehen wir wollten heute luten gehen oder aber ich müsste erst mein inventar ein bisschen leeren pass auf wir kommen hier wieder zurück okay wir haben noch zeit es ist jetzt drei viertel zwei wir haben noch einen ganzen tag zeit das heißt wir machen ein bisschen platz im inventar das hätte ich vorher machen können bevor ich die aufnahme starte aber hey es wäre kein zocki video wenn ich es gemacht hätte da habe ich schon reingeguckt okay ist gut oh ja essen müssen wir auch ganz dringend der magen knurrt ja gut da hinten liegt ja noch mein rucksack den holen wir uns aber sicher nicht weil uns hunde gekillt haben und ich habe angst vor hunden im spiel und nicht in echt nur im spiel ich hoffe die aufnahme hört sich jetzt auch nicht komisch an denn das mikrofon weil psv aufnahmen und pc aufnahmen da unterscheidet sich die mikrofon lautstärke enorm für pc muss ich das video extrem also das mikrofon extrem hochdrehen und für die ps4 nicht keine ahnung warum meine sexy base die agent nicht ordentlich geboren ist habe ich gelesen aber er hat recht ich habe da irgendwie hingeklatscht schaut kacke aus aber es ist muss nur ihren zweck erfüllen muss jetzt kann was ich nicht irgendeinen preis gewinnen das gut ausschaut nur zweckdienlich muss sein sowas auf den dreck kommen jetzt alles rein mir wurscht zück ich schaue erst gar nicht auf wo du den immer mit entschuldigung nimm mal mit den ganzen dreck hier die pistel das mal das lass mal lass mal lass mal so holz brauche ich auch nicht mit die tabletten sicherzhalber brauchen wir nicht mit brauchen wir nicht mit wiese brauche ich auch nicht mit brauche ich nicht mit nein steine auch nicht was zum trinken und die sicherzhalber auch das auf die bolzen oder aber was macht man wurscht ich habe genug munition bolzen die pistel also dieses ding hält auch noch eine zeit lang moment ich muss das abbrechen wir haben schon genug wir haben schon genug definitiv nachwarte ich habe es vergessen entschuldigung so hier okay gut dann essen alles cool fahren jetzt will ich kurz gucken warte kurz okay warte wo kann das essen hier hier haben wir noch sieben hier mal noch acht okay ist cool zum trinken habe ich nichts mehr ist nichts oben ist auch noch wurscht pass auf was ich noch nicht mit brauche ist der hammer den hammer braucht man nicht mit das vielleicht wenn wir einen vieh finden nehmen wir das mit okay gut wieder zurück so perfekte war ich zu laut jetzt ich denke ich habe das ich muss noch die richtigen einstellungen finden nach 9 aufsetzen hochfahren ja aufsetzen keine ahnung stehe man die einstellungen nicht mehr fürs mikrofon und zum aufnehmen und den ganzen track ich finde das geil mit dem jacke bär herum zu rennen oh ja geil was zum trinken oh ja geil nimm mal mit oh ja geil nimm mal mit viren bedrohung oh gott ich habe ich habe noch kein antivirus programm nein woher soll ich viren haben weil ich so viele schmuddelfilme guck naja kann nicht sein oder wir sind doch alles sicher safe ja nimm mal mit jetzt nämlich jeden track mit wenn ich dort bin habe ich da wieder kein platz im inventar ach ist das ein bär nein fuck das zielen aufhackt okay cool der hat es nicht checkt der kommt sogar zu mir bam tot bist tot verstehe ich nicht warum der so viel aushaltet wo ist denn da oben nein scheiße ist ja schon wieder weg wo ist er hin schande ist weg okay ist cool macht nichts dann gehen wir halt looten ach ich höre ein hund fuck you fuck you hund fuck you hund ich hasse hunde in dem spiel halt nein jetzt habe ich von daneben geschossen oh komm schon hund ihr sterben ich habe ihn wieder nicht erwischt ja super ach jetzt da komm 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 cool bleiben cool bleiben nein scheiße schon wieder nicht oh gott ich werde sterben ich werde sterben okay hund ist tot hund ist tot wow gollum gollum daneben geschossen absichtlich okay so er liegt dann schlitz mal da susi und und die andere schwere ding wie heißt's oh fuck oh die andere okay cool bleiben cool bleiben das kriege ich hin easy easy oh ich bin zu laden oder oh god es tut mir leid ich werde schon ein bisschen flüstern oh god die aufnahme die ist ein dreck oder ich bin extrem laut bestimmt wo ist das dann weiß ich es wenigstens ich muss mir das selber erst anhören aber ich habe die zeit nicht für die testaufnahme ganz ehrlich ich werde jetzt einfach ein bisschen leiser reden oder generell meine schnaz erhalten so hier ist was drin was ich brauche wetten oh 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 bitte please 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 ach komm du bist ein blödes Arschgesicht pass auf pass auf pass auf pass auf oh die hat schon wieder Durst na super scheiß Tabletten warum machen die Durst ich verstehe ich gar nicht und Fernseher könnte man uns mitnehmen aber egal im Bunker unten Fernseher an Okay, gut, gut. Aber es müsste... Ach, die müsste doch noch irgendwo hochgehen. Ach ja, hier, siehste. Komm. Na, okay, die nehmen wir mit. Oder das andere könnte ich verkaufen, aber ich möchte jetzt den Platz sparen. Im Inventar-O-Taschenlampen nehmen wir mit. Die will aber mein Händler gar nicht mehr haben. So, gut, erste Hütten fertig. In der Garage könnte man nachgucken, wenn man was Geiles finden. Tabletten ohne Ende. Urgeil, also ich mach mein eigener... Uuuuh, Apotheke, wollte ich sagen. Haben wir schon Reifen? Ich weiß gar nicht. Nein, nix ist gut. Ah, mein Inventar ist gleich voll. Oh Gott. Euer Geile-Essen. Die Apokalypse... ...ist mein Freund. Die Dosen. Wir könnten dann ein bisschen was verwerten, damit wir wieder Platz haben. Kohle, ja klar. Nein, super. Ja, geil. Oh, geil. Oh, geil. Okay. Bitte, 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 please. Please, was Geiles. Oh, das ist geil. Und da bitte Motorradding, Motorradding. Please. Ah, nee. Aber was sind das? Explosionsfalle? Bauplan, Sprengbolzen. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Aha. Magnum. Oh, geil. Kacke. Ich liebe es. Tabletten. Jeder bin getrogen. Ja, okay. Das lassen wir jetzt gut sein. Das ist ja... Ah, Schrotflinkenlauf. Ich bin gleich voll. Ah, ich muss. Obwohl, warte. Das kann man ja mitnehmen. Das geht. Essen kann ich auch mitnehmen. Die Brille brauche ich wirklich nicht. Ah, genau. Die versteckte Toilette. Da ist nur Kacke drin. Ah, nee. Blödsinn. Komm, schau. Und kannst du keine Leiter hoch. Ich habe ein Ei. Ein echter Mann hat aber zwei. Ich bin ein richtiger Junge. Keine Ahnung, was ich labe. Ich bin ein echter Mann. Ey, was sind das für Teile? Pistolie. Super. Ah ja, nehmen wir mit. So, warte ganz kurz. Jetzt müssen wir gucken, was wir verwerten und was wir weg haben. Das definitiv lasse ich fallen. Okay. Gut, dann lasse ich fallen. Und das wird schön verwertet. Genauso wie das hier. Das lasse ich mal fallen. Knüppeln. Ich würde niemals herumknüppeln, mein Freund. Kartoffel, du mal essen. Damit wir mal wieder ein bisschen was drauf haben. Ich finde mich schon so dünn. Und das haben wir dann noch einen. So, und das haben wir auch. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das ist gut. Nächstes Haus. Ah, ich hätte so gern. Aber es könnte echt machbar sein, dass ich hier eins finde. Weil wenn jedes Haus solche Bücherregale hat, ist das die Chance hoch, dass ich vielleicht jetzt ein Bauplan finde. Oh, geil. Keine Ahnung, ob ich die schon habe oder nicht. Na, Schweinerl. Was machst du denn beim Nachbarn? Ja, Bauer. Geh herauf. Ah, Gott. Also, einen Fernseher mitnehmen wir auch nicht schlechter. Aber kannst du ja gar nicht mehr platzieren. Wir könnten den auseinandernehmen. Ah, da, warte. Habe ich voll vergessen. Kriegst du solche Teile, die ich brauche für die Lampen? Ja, voll verschwitzt irgendwie. Ist die auch so heiß, mein Freund? Das war da schon wieder blöd. Warum finde ich nix? Leere Gläser. Da war es nicht mit leeren Gläsern so viele. Scheiße, auf die leeren Gläser jetzt da. Ich habe genug. Ich muss kurz gucken. Wo könnte das sein? Sonstige vielleicht? Schnell fertigen. Nein, das ist es nicht. Blündern. Hier, Handel. Blünderung. Was bedeutet das? Qualität. Qualität. Aha. Aber warte, wir haben vielleicht Plündern in die Höhe. Ich meine, das kriegst du sowieso so mit der Zeit. Aber, was auf, wir haben, wir haben auf Qualität eins hoch. Das ist der Plan, wenn ich jetzt da und da. So. Vielleicht kriege ich jetzt besseren Shit. Tada. Und wir haben hier gute Sachen, ne? Gute Sachen. Gute Sachen. Oh. Wapa, wapa. Pass auf, die tun wir gleich herunter. Falls ich schnell zugreifen drauf möchte, ne? Oh, please, please, please. Messer ist besser als meins. Super. Dann habe ich hier noch dies. Da nehmen wir mit. Und pass auf, wir müssen wieder ein bisschen Platz machen. Verwerten. Verwerten. Kann man das auch verwerten? Ja, verwerten. Gut. Dann. Die Hülsen, die verwerte ich jetzt. Ich kann eh welche herstellen. Das geht schon. Dann, was haben wir hier fallen lassen? Hier. Verwerten. Was kriegen wir da? Oh. Okay. Pass. Verkaufen kann ich sie nicht mehr brauchen. Tue ich sie auch nicht wirklich. Ach, Gott. Das ist Qualitätskacke jetzt, weil ich das gelabelt habe. Ja, das ist sich schon klar. Aber ich lasse sie trotzdem liegen, denn... Das traue ich mich noch nicht nehmen. Das ist zu gefährlich. Den Schaf dann so. Ach, Gott, Alter. Ich habe... Ach, wurscht. Obwohl... Ja, warte. Genau. Wir machen das anders. Wir machen das so. So. Gut. Jetzt muss ich noch hochgehen, oder? Ja, hier. Oh, cool. Heute wird das ganz chillige Runde, also... Chilliges Video, weißt du? Ich versuche leise zu reden, weil ich nicht weiß, wie laut ich wirklich bin. Ich soll generell meine Fresse halten, ein bisschen, hm? Hm. Okay, gut. Na, komm. Oh, nein. Ich habe es befreit. Wie blöd. Ich wollte es töten. Das ist richtig schwierig. Richtig schwierig. Alter, ist ja noch ein Airdrop. Oh, geil. Schönes Ding. Schönes Ding. Nimm Fleisch mit. Warte, ich nehme nichts mit. Wieso nehme ich nichts mit? Bist du dämlich? Nimm mit, mein Freund. Nimm mit da. Den Stein. Tschüss, Papa. Nur Fleisch. Gut, wir holen uns noch den Airdrop. Der ist nicht weit weg. Den holen wir uns noch. Vielleicht habe ich ja jetzt ein Glück, weil ich das gelabelt habe. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wo ist er da? Aber vorher sollte ich vielleicht ein bisschen Platz machen, hm? Wäre nicht schlecht. Wir könnten essen. Wir könnten essen. Und das hier könnten wir uns auch noch reinpfeifen. Und dann da, wir werden die zerlegen. Und dann, ähm... Das fahren wir uns auch noch rein, so. Jetzt ist es mal heiß, aber jetzt ist es mal wurscht. Die Rüstung, die ich anhabe, sollte ja kühlen. Nicht wahr? Ist das nicht so? Warum kriege ich so viele Taschenlampen? Verstehe ich nicht. Ach Gott, 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 Gott. Ja gut, super. Also wie viel Zeit haben wir noch? Halb sechs. Geht's ja. Hey, wir sind bei 22 Minuten. Das war heute wirklich eine ganz gechillte Runde. Selbstverständlich ist nichts Hoffnung, was passiert, ne? Ich habe wieder viel Blödsinn geredet, was nichts Neues ist. Also Leute, die meine Videos verfolgen, kennen das schon. Das ist gut so, okay? Ich darf das. Das ist mein Kanal. Sehr klar. Wem es nicht passt, selber schuld. Ach Gott, Essen. Gut, dann wird es gewesen sein. Ich trage jetzt die ganzen Sachen zurück. Vielleicht nächste Folge schauen wir wieder weiter. Ob wir was finden. Ich will jetzt schon endlich das Moped haben. Das ist Folge 56 und nichts. Kein Moped. Skat Night. Und ich hoffe, bald kommt ein Update. Wäre echt geil. Mal was Neues. Was ich gerne hätte, wären andere Überlebende, die hier rumlaufen würden. Weißt du? Auch so gegen Zombies kämpfen und so. Und mit denen du dich verbinden kannst oder so. Oder die rekrutieren könntest. Und die sind dann hinter der Base und weiß ich nicht. Dass da einen nehmen kannst und sagst, hey, pass auf. FG Eisen holen. Zum Beispiel jetzt da. Weißt du? Wäre voll die Idee. Wäre voll labernd. Sicher nicht schwer zu machen. Woll alleine immer rumrennen. Man könnte es auch online zocken, ist klar. Ja, aber ich hätte gerne NPCs Typen. Weißt? Kein großes Gerede. Der naht sich auch nichts an, wenn du online spielst oder so. Die beste Sache behält der sich nicht für sich. Und auf die hohe Nacht freue ich mich auch schon. Die wird geil. Hoffe ich. So. Alles gut. Was? Was? Was haben wir da? Alles, was ich mitnehmen kann, habe ich mitgenommen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Inventar sortieren. Oh, da ist kein Holz mit drin. Viel Holz habe ich auch nicht. So. Warte, wie können... Nein, das... Ich habe das woanders, oder? Lehm, Messing. Wobei Messing habe ich hier drin. Warte kurz. Lass kurz gucken. Ich glaube, ich habe alles da. Ja, genau. Weil hier ist auch der Ding. Könnte mal... Habe ich gerade nichts an Hängen. Ne, passt schon, Leute. Ich muss das dann für mich machen. Ein bisschen Inventar sortieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht es gut. Haut rein und immer braver sein. Tschüssi.